Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Rocket League und wir spielen heute den Rumble Modus 2 gegen 2. Ihr seht unten dieser kleine Timer. Der zählt runter und dann aktiviert sich eine Fähigkeit. Diesen Modus gibt es glaube ich schon eine ganze Weile. Wir sind nur noch nicht dazu gekommen zu spielen. Alter was macht ihr da? Aber Arnold du hast die Dachfigur auch nicht ne? Ne ich hab sie auch nicht. Verpiss dich Fabian. Ist das nice. Ich glaube eure Dachfigur ist einfach zu groß. Keine Ahnung warum das gemacht wird. Alter wie mies war das bitte? Ja ich hab ihn doch getroffen. Er hat ihn getroffen. Er hat mich abgewertet, aber die haben mich abgeprägt. Ja Fabian, also Ferb, Rampage und der Buntab sind bei mir. Sind hier in der Aufnahmerunde. Alle bleiben im Team. Ohhhh. Komm Arnold. Glücklich. Der Fabian hat mir geräumt. Ah den abgewertet. Was ist jetzt? Er hat deinen Boost body poliert. Ah er wird gerade vorsichtig an Ball springen. Hast du ihn dann aktiviert? Ja. Nein. Sehr gut. Ich bin in dem Modus viel zu sehr damit beschäftigt. Andere nicht. Was total formiert. Man ist ein bisschen überfordert am Anfang. Ich find das lustig. Ja es passt zum Spiel. Ja es passt zum Spiel. Das stimmt. Es macht richtig Spaß. Aber man muss sich darauf konzentrieren nicht nur seine Mates beziehungsweise seine Gegner zu tun. Komm mit Ball. Den perfekten. Das war dein Punkt. Alter. Ich hab Fabian ausgescheuert. Was? Was war das? Ich hab ihm für Fabian vorgelegt. Ja. Irgendjemand hat noch eine Fähigkeit. Es wurde nicht alles aktiviert. Ah ha ha. Da wollte jemand einfrieren. Das hat nicht schön. Ja leider etwas. Ja. Das war ein nice Shot ey. So sieht aus. Das war das? Das war der Fuß? Nein das war der Boxhandschuh. Der Boxhandschuh ist für den Ball. der Fuß ist für den Gegner. Das war reingedrückt. Nein. Respekt ey. Der war fein. Respekt wer selber macht. So. Aber da kam echt Opti Fifi. Der kam richtig mit Schmarke. Da zieh die Simon. Freie Zeit. Nein nicht mehr. Oh. Nein. Wart. Geh weg. Oh sorry. Jetzt hab ich die dumme Fähigkeit aktiviert. Ach ich Idiot. Hast du den Ball gefroren Fabi. Ja. Grad so vor der Linie. Oh. Sauber. Du Assi. Yes. Du Assi fährt er einfach in das scheiß Tor. Nice. Das klein ist die Stacheln oder? Ja. Scheiße. Guck dir alle. Dieser dreckige Dieb Alter. Seiner eisgalt ins Tor. Geil oder? Ja war Hammer. Außer weg Simon. Bevor der Timer runter geht. Ups. Oh. Komm schon. So langsam. Gehe ich nicht. Alter. Jetzt kommt der gerade alle von der Ultra Kombination. Oh. Hallo. Ihr Schweine. Geil Alter. Ich stehe das. Wow. Uh. Wow Fabi das war nicht gut. Ja ich muss. Ich kenn doch nicht alle Fähigkeiten irgendwie so. Was die genau tun oder wie die funktionieren. Oh. Schade. Da hättest mich aber fast ausgespielt eh. Oh Mann. Oh. Oh. Ah. Alter! Wieso hast du den reingezogen? Ich hatte ihn doch schon früher. Ich hab ihn vorher aktiviert. Der Ball hat ihn mit reingezogen. Ja, der Ball hat ihn mit reingezogen. Nice, Alter. Ich hab den früher aktiviert und euer scheiß Wirbelsturm hat den Ball dann im letzten Moment noch hochgenommen. Sonst hätte ich wieder reinfahren können. Bitter, ey. Wirklich bitter, ja. Fahr mal weg. Ah! Ah! Oh, der kommt böse. Nice, Simon! Das war zu stark. Nein! Yes! Ah! Ich hätte den Scheiß aktivieren sollen. Rettungsgebracht, glaub ich. Oh, Simon, das war wichtig. Alter! Diese Fähigkeiten, die bringen so die gewissen Würze mit rein. Ja, die gewissen Würze. Macht's unrechenbar. Macht richtig Spaß. Die Smarties-Zuschauer lieben uns. Die Smarties-Zuschauer, Mann. Die lieben uns wirklich. Haben sich auch ein paar Skittles drunter gemischt, hab ich gehört. Ah! Gib Gas! Wuhuhuhu! Da komm ich! Wuhuhu! Ja, man hat immer Boost. Nein! Schade! Zu spät! Haha! Nein! Ich hab dir gebeamt! Fahr mal da lang, Martin! Knapp, Arnold! Knapp! Ball schlagen! Oh! 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 Oh, es leckt! Oh! So! Oh, es leckt! Ich hab Disconnects! Oh, Simon! Nicht mitten im Gale! Oh, das ist nicht gut, Simon! Nicht gut für dich, Simon! Und! Kade! Der Winkel! Du Assi, ey! Papi, weg mit! Oh! Scheiße, war ein Wunderschip! Ja, scheiße! Oh! Ich hab doch einen Haken! Ich hätte ihn wieder rausziehen können! Ich muss die Kurve schlagen! Das wäre... Der Haken ist, dass du dann zum Ball fliegst! Ah, war fliegt hin? Du fliegst dann hin und kannst ihn nochmal so drücken! Ah! Aber du merkst ja dann, dass er zum Ball fahrt! Von dem her musst du ein bisschen vorziehen, alles! Ja, das hab ich nicht richtig erwischt leider! Ja, das war's leider gewesen! Oh! Ich hab gerade meinen Pömpel noch einsetzen! Alter, die knappe Sache! Dieser Modus ist so geil, ey! Der ist schon hab eigentlich fein! Ich bin nicht im Modus! Oh, mega! Ja, ich hab ihn! Sehr schön! Hast du den Purpur-Tentakel bekommen? Ja! Nice! Der erscheint irgendwie nicht! Mach mal bereit! Mach mal bereit! Ne, den kriegt man nicht im Game! Ich weiß auch nicht warum! Ich hab ihn ausgewählt, aber irgendwie... Revanche! Ähm... Orange! Le Revanche! Orange! Das Spiel ist noch nicht drin! Das müssen sie umgehend fixen! Ja! Das ist wichtig! Den will ich haben! Pfff! Ich hab extra mein Auto danach lackiert! Was? 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 Der kriegt den Stiefel, ey! Fahr Siebom! Fahr! Ja! 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 Dann hast du mich weg! Oh! Geil! Dass es wirklich ist, Alter! Die Kommunikation stimmt bei euch! Echt, ey! Ah! Neul! Wo bist du denn? Ich bin doch am Ball! Fabi am Deckel! Rammt! Dann halt, Martin! Nein! Nein! Du Assi! Nein! Hat er die goldene Faust auf Doom? Ach was! Ach was! Ja! Ja! Das ist sauber, Fabi! Jawoll, ey! Alter! Ich hab Simons Boost aktiviert und er piept den Ball direkt vor deine Nase! Sauber, ey! Super Vorlage, super! Ach, herrlich! Ach, shit! Ne, ne! Oh, oh! Nach vorne mit dir! Oh! Komm schon! Oh! Schade! Oh! Oh! Das war jetzt fast nicht gut, mir den Boost zu geben! Aua, aua, aua! Oh, Arnold! Ja! Nein! Alles gut! Versuchen wir ein bisschen zu bringen! Das aktivieren die beide das scheiß Ding! Ah, jetzt hat der auch noch sowas! Zauberei! Komm mit! Ja, sag mal! Wie oft denn? Ich bin... Ich stand dumm! Ja! Ja! Ja, rückwärts! Ja, rückwärts! Ja, leck mir jetzt den Ball wieder weg! Was zum... Alter! Oh, oh, oh! Feine Hütte! Oh, oh! Ah, 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 ah! Was er da zaubert! Kei, kei! Tei, kei! Feine Hütte, Fabi! Oh, Killer-Time! Uh, Alter, was geht? Fabi ist mit den Sachen viel, viel besser als das! Fabi hat an! Ich habe an, ey! Fabi hat irgendwelche Sachen so... So pümpeln und so. Adolz, Vorlage! Boah, Glück! Und wie weit das fliegt! Nein! Ja, komm! Er ist natürlich schneller als ich. Oh Mann, jetzt haben die ausgepackt. Wahnsinn. Das war ein Halbfeder, den hätte ich erwischen müssen. Und dann bleib ich stehen! Oh, scheiße! Ja, ich bin zu spät gefahren. Warte! Sie kann mir ansagen, dass ich stehen bleibe. Entweder direkt hinterher fahren oder stehen bleiben. Klassische Wocket League-Host und sofort. Da komm ich nicht mit klar. Da komm ich nicht mit klar. Ich brauch den Pümpel, Alter. Oh, Fabi, der war nicht gut! Das kann ich leider nicht beeinflussen. Das kann ich leider nicht beeinflussen. Der hat grad beschleunigt. Hast du den nicht mehr bekommen? Ja, den grad hab ich schon. Ah, du hast keinen Boost gehabt. Scheiße. Egal. Und du bleibst stehen! Mach schon fertig! Mach schon fertig! Ist alles korrekt, alles gut. Mal ran! Mit kaum Ball! Oh! Hey, lass mich in Ruhe! Oh nein! Oh nein! Nice! Das müssen wir uns anstrengen. Drei Fäusten für den Handelulia, würde ich sagen. Ah! Da konnte der Madde leider nicht helfen. Er war in meinem Rippensturm der Lidoy gefangen. Alter, ey! Tamar hat gerade kassiert. In drei Sekunden drei Tore? Eine Minute vielleicht? Simon, der bleibt stehen. Pass auf. Doch nicht. Kein Boost, um noch weiter zu... Oh, Fabi! Scheiße, ich stand nicht gut. Ach, Arnold viel zu stark. Ich stand überhaupt nicht gut. Alter, halt auf! Das klingt so einzufrieren! Ey, nicht mich weghauen. Oh, Simon, ich dachte, du fährst an den Ball! Ja! Nicht so! Ist hoffentlich gut in der Mitte! Wow! Jetzt, Arnold schiebe rein! Nein! 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 Das war nicht gut, Simon! Ich dachte, Arnold, wenn du so... Ja, einer hat mit dem Platz getauscht. Und ich hab... Hey! Ja, der... Der hat mit dem Platz getauscht. Was? Wieso ist der Pöppel weg? Achso! Das war zu nah am Ball. Oh! Jetzt Tauserei! Oh! Nein! Ja, schieb ich rein! Ja! Scheiße! Der Pöppelsturm! Fängt dich! Fängt dich! Gut! Servus! Ich verarsch mich nicht, ey! Nein! Weil Fabi getauscht hat. Richtig nice! Oh! Leute! Alles offen! Alter! Ich liebe den Modus! Das ist so geil! Wir müssen Gas geben, ey! Junge! Oh! Ich dachte, Fabi schräfte! Oh, nicht schlecht! Hallo! Hallo! Da ist doch viel Leben drin! Hallo! Du Assi! Uh! Oh! Oh! Nice, Simon! Das geht leider nicht! Jetzt weiß ich's! Hab ich mein Ding immer noch? Ja, hab ich! Pass auf! Achtung, Arnold! Da geht halt! Nein! Fick dich doch! Danke für die Zerstörung, Junge! Da wollte man Platz mit mir tauschen doch! Zu spät! Gibt's dann, Alter! Gibt's dann, Alter! 4-0 geführt! Come on, Junge! Fahr an, Arnold! Konzentrier dich, Junge! Bleib schön oben bald! Zauber! Zauberrei habe ich! Lass ihn fallen, Simon! Ja! Gewonnen! Oh! 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 Oh, Mann! Oh! Voll ausgezogen, die zwei sind immer richtig nice! 600 Ballenberührungen. Das kann ich sein, Alter! Das kann ich sein! Das war geil, Mann! Dieser Modus ist richtig gut, Alter, ich glaub den spielen wir öfters, Alter! Aber natürlich nicht zu oft Jetzt geht es aber gleich weiter Das war es aber für diese Folge Vielen Dank für's Zuschauen Tschau